Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie zum fünften Teil Building Information Modeling begrüßen, wo wir Ihnen kurz erläutern wollen, wie eine IFC-Ausgabe aus der Plankhal Nova erfolgt. Aus der Plankhal Nova können alle Eigenschaften, die an einem Objekt vorliegen, nach IFC ausgeschrieben werden. Natürlich benötigen wir für all unsere technischen Berechnungen eine Unzahl an Daten, sodass wir nicht alle ausschreiben, sondern dies über eine Steuerungsdatei realisieren und dann eben eine entsprechend reduzierte Menge an Daten ausschreiben. Auf Wunsch können wir Ihnen diese aber auch anpassen, sodass Sie mit der Plankhal Nova auf Anforderungen Ihres Auftraggebers eingehen können. Beispielhaft haben wir hier einmal herausgestellt die Darstellung der IFC-Plankhal Nova im Tecla BIM-Site. Und Sie sehen dann hier sind die Eigenschaften aufgelistet und man erkennt jetzt, dass hier zum Beispiel ein Heizkörper gewählt ist. Ich erkenne auch das genaue technische Produkt X2 Profil K und habe dann hier auch unterschiedliche technische Parameter, die mir dann noch zu diesem Heizkörper angegeben werden. Hier sind noch die geometrischen Abmessungen in Meter, die kann man aber auch in Millimeter ausgeben oder die Temperaturen sind in Kelvin, was aber auch in Grad Celsius möglich ist. Diese Information kann dann an den Architekten, an den Statiker herausgegeben werden und bietet so ein deutliches Mehr an Informationen, als dies mit einer normalen Übergabe per DWG möglich ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wir hoffen, dass wir Sie im nächsten Teil nochmal begrüßen dürfen zu einer Zusammenfassung.